Hey, meine Rabauken, wir befinden uns in einer ganz normalen Minecraft-Welt. Nein! Denn wir sind in einem Schokoladenteicoon. Ich liebe Schokolade, Schokolade ist das Geilste auf der ganzen Welt. Ich liebe es am Montag, Mittwoch, Dienstag, Frühstück, Mittag, Abendbrot, nur... Augustus Gloop, Alter, was ist denn das für einer? Ilin, da will einer, da will einer bei dir stibitzen. Okay, der hat stibitzen bei mir, ne? Ah, ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Willy Wonka, Alter. Der ist eh geil, wenn sie stibitzen, wir haben ja eh kein Geld. Also noch ist ja... Ups. Das hat gerade geleckt, weil du was gekauft hast. Oh Gott, wir gelegen los, alles klar, ich kaufe auch was. Collect, wir kaufen uns Walls. Kann ich mir nicht leisten. Hä, was hast du gekauft? Na, diesen River. Mein Schokoladen-River ist am Start. Hier kommen so Schokoladen-Erzorona, diesen Schokoladenfluss, landen dann hier unten. Ah, okay, und hier kann ich jetzt collect money. Ah, okay, okay, da kommt der Erste. 20 Ocken habe ich verdient. 20 nur? Die Wand kostet 5000. Gab 60 Ocken. Ich habe 40 rausgeholt. Okay, okay. Hä? Stimmt das so? Diese Preise sind mega teuer. Ah, das sind richtige Wura-Preise hier. Hä? Als ob, Alter, brauche ich ja 200 Jahre, bis ich mir das leisten kann. Warte mal, hier kann man, glaube ich, auch noch was kaufen. Ah, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Hier kannst du den River upgraden. Okay. Ah, das ist auch günstiger. Hinten hat der Wand, die Diener. Ich bin ja im Taikun ungeschlagen, Leute. Das habe ich da voll auf keinen Fall verdient. Ich habe so eine krasse Siegessee. Hey, Denise, Alter, hier gibt es keine Schokolade für dich. Kriegt man Kiergat? Nee. Aber die klaut so mit dem Nix von Dropper. Ja, was denn? Ich dachte immer, es gibt Kohle, wenn ich die kille hier. Ja, dann schlappe ich dir so einen Hans an. Ja, ohne Witz gibt es aber nicht. Aber es gibt Kohle, wenn wir campen. Ich habe den White Chocolate Dropper gekauft. Wo ist er? Da ist er. Ja, da kommen wir zur weißen Schokoladen, Dinger. Nein. 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 Okay. Ich habe es noch gesaved, Alter. Der wollte mein Geld klauen. Hey. Augustus Gloop, Alter. Was willst du? Hier, der hätte mir 140 Ocken geklaut. Also nächstes kostet 2 Golden Ticket Dropper 10 Millionen. Hä, lol. Warum ist das alles so teuer, Alter? Elina, damit du hier direkt mal checkst, wo hier der Hase läuft. Oh, du gewinnst immer bei diesem Battle. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hä, ich kriege gar keinen Schaden, du? Ach so, ja, wir kriegen ja direkt Regeneration. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich muss kurz weg. Ja, jetzt auf einmal. No way. Okay, dann kämpfen wir. Da wird mir halt mein ganzes Geld geklaut. Mega. Hä, aber ich habe nur ein Herz Schaden, Elina. Ja, also ich habe nicht so viel. Okay, jetzt kriege ich aber Schaden. Jetzt wird es gleich den Sieger geben, Elina. Kann, ey. Kann doch nicht sein. Immer gewinnst du das. Hä, ich wurde ja beschiss. Das backt hier oben in die Ecke rein. Da kriege ich kein Geld dafür. Lul. Ey, hau ab, Denise, Alter. Was willst du denn hier immer mit der Schokolade? Oh nein, hier sind... Wo ist das Gloob? Nein. Der hat mir was geklaut. Alter, wie viel Geld wir haben. Boah. Ja, aber ich hätte schon längst 2,5 in das dann nicht. Geh mal da rein. Scheiße hier. Kann ich es abbauen? Nee. So, wir haben 2,5. Wir können uns das Schokoladen-Eyedropper kaufen. Elina, du musst dir was einfallen lassen. Du liegst hin. Oh Mann, ey. Ohne Witz. Das ist echt Betrug hier. Weil du gewinnst immer bei den Ballets. Immer. Ansonsten gewinne ich immer bei solchen Ballets. Angeblich. Ohne Witz. Und dann kommst du, Alter. Das war direkt ein Crit, Elina. Das war ein heftiger Crit. Ich habe 4 Crits gegeben. 5. 6. Ich gewinne safe. 7. Das war komplett jeder Hitten-Crit, Alter. Jeder Hitten-Crit, Alter. Das ist voll ein gutes Wort. Sonst. Ja, ein K gibt nicht so viel, glaube ich, oder? Wie viel gibt es denn? 25 K? Muss man ein bisschen sparen jetzt hier, glaube ich, Alter. Kann man seine Waffe auch upgraden später? Ich hoffe, weil die ist voll kacke. Ah, hier kann man ja auch abkaufen. Ah, warte mal. Jetzt muss man natürlich taktisch überlegen. Man kann sich halt ein Speed-Upgrade kaufen. Oder noch einen weiteren Dropper. Oh, da noch einen Dropper. Okay, das ist zu teuer. Kaufen Sie sich Speed-Upgrade? Aber ich habe ja nur quasi drei Dropper. Den Stani und zwei, die ich mir dazu gekauft habe. Oder den Gummiburm-Dropper. Ich glaube, ich hole mal zuerst den Gummiburm-Dropper und dann das Speed-Upgrade. Ja, ich glaube, das ist auch sinnvoller. Wie teuer das einfach ist. 25 K? Das ist übel teuer. Aber man verdient schon auch ganz gut. Schau mal. Ey, das sammelt sich hier. Sammelt sich immer mehr in der Ecke. Ist das bei dir auch so? Das Sammelsurium. Nee. Bei dir ist das nicht so. Das ist ja so ein Beschiss. Hier ist locker ein Taui in der Ecke hier. Ah. 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 Dann gehen wir mal zum Gummiburm-Dropper. Bam. Okay. Candy Cane. Ah, der Zuckerstang. Tausendern. Taui. Aber das würde sagen, das ist sehr teuer. Was ist das da oben eigentlich? Okay. Das ist sehr teuer. Das heißt... Ah. Oha. Hat das geklappt? Alter, da waren gerade 64 Kisten in der Ecke. Lina. Wo kam der denn her, Alter? Naja. Der hat mir aber was geklappt. Ich hatte gerade 64 Kisten in der Ecke. Die habe ich aufgesammelt dann. Und dann dachte ich mir, okay, ich droppe die jetzt da rein. Ich dachte mir, jetzt kriege ich eine Million direkt. Aber ich habe irgendwie voll nichts gekriegt. Also voll wenig nur. Oder gar nichts sogar. Ich weiß nicht genau. War nicht viel. Das kann ich mir schon mal sagen. Okay. Ich hole mir jetzt das Speed-Upgrade. Ja, ist clever. Aber du musst ja eine andere Taktik fahren. Genau das gleiche nachzukaufen würde ich nicht. Aber eigentlich ist es immer nach hinten losgegangen, wenn ich eine andere Taktik gefahren bin. Ja, aber deine Taktik war doch immer sehr komisch. Meine Taktiken machen so Sinn. Für dich bestimmt. So. So, wir kaufen uns. Hast du schon das Speed-Upgrade? Oh, doch. Dann sagen, verdammt du hast mich ja ein. Hinter dir kommen zwei. Ich sag los. Ja, ich sehe sie ja schon kommen. Die Heimer. Die Heimer. Heimer. Speed-Upgrade. Ah, so Gummibürmer. Da sehe ich es. Ah, ja, ja. Du könntest natürlich auch folgenden. Ich verrate dir einen Trick, den du vielleicht versuchen könntest. Du gehst oben hin, sammelst das Zeug in dein Inventar, sprintest runter, dann kriegst du es halt schneller. Hä, das geht nicht. Ach, geht nicht? Ich kann das nicht aufsammeln. Ich hatte den Plan ja schon. Ach so, die Stimme kann sich aufsammeln. Hä, wieso kann ich dann die Kisten hier aufsammeln? Naja, okay. Na gut, versuch was wert. 100.000 Candy Can. Dropper Speed abgekostet 2,05. Das ist auf jeden Fall zu teuer. Dropper Speed kostet 75. Ja, dann werde ich mir wahrscheinlich jetzt den Dropper Speed kaufen, ne? Für 75ers. Bam. Okay. Wir checken mal aus. Wie schnell das. Ah, ja, okay. Okay, ja, so. Und jetzt bam. Verdoppelt. Ja, das ist schon heftig. Drei Dropper verdoppelt. Das lohnt sich. Speed 2. Das ist zu teuer. Jetzt holen wir uns den Dropper für 100k. Oder vielleicht mal die Walls, weil die kosten ja fast nichts. Da haben wir auch ein bisschen. Higher-Umpa-Lumpa-Guard. Lol. Umpa-Lumpa. Ja. Jo. Ben hat sich die Wände gekauft. Die Wände. Das sieht übel krass. Ah. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ich bin grad damit beschäftigt, hier diese Leute zu fetzen. So. Zeig mal. Wow, Alter. Das ist eine heftige Fabrik, ne? Ja, das wird eine Riesenfabrik. Okay. Als nächstes könnte ich mir kaufen Windu. Für 30 müssen teuer. Das sparen wir erst mal. Wir holen uns den Candy Cane Dropper, genau. Das war damals übrigens mein Lieblingsfilm. Umpa-Lumpa. Nein, Charlie und die Schokoladenfabrik. So. Mit Willy Wonka. Ja, ja. 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 Bam, die Candy Cane Dropper. Aber kann man das... Deine Kills sind jetzt 25.000 mehr wert. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Boah, Alter, was hast du denn hier gebaut? Das war ein Megatrick. Wie, du darfst nicht spammen. Ich spamme nicht. Natürlich, das wäre so sich doch. Das war Panikreaktion. Geh endlich tot. Kritten, Alter. Mann. Du krittest. Da fliegt mir die Maus aus der Hand, ey. Du krittest halt nicht. Du musst kritten. Du krittest halt nicht. Mann, ich schlag auf dich ein. Und ich erwarte, dass da diese Sterne kommen. Aber die kommen ja nie. Guck hier. Kritt. Kein Kritt. Du willst doch nicht. Du willst doch auch kritten. Du machst einen Kritt, wenn du nach unten fliegst. Ich habe Krittverbot. Ich habe... Also, das ist wirklich so. Das ist eine Einstellung hier in dem Spiel drin. Boah, ich bin fast tot. Dann klaut einer was bei dir. Mir doch egal. Hier doch alles hier. Denise hier. Oh, Denise hat's. Denise hat die Kohle. Ach, der auch. Wurde geklaut? Ja, ja. Wurde alles geklaut. Denise habe ich der Weiber zu dir geschickt. Alter, du bist aber schon alles echt so. Denise ist wieder... Aber du bist auch voll rich, Alter. Oh ja, ich bin voll rich. Ich bin 100.000 hinter dir. Das ist... Ja, gut, aber ich habe allein auch durch die zwei Kills das gerade 50.000 bekommen. Ich habe das richtig verstanden. Smartie. Alter, Smarties sind ja so geil. Aber noch geiler sind Smarties mit Gummibären drin. Hä? Oh mein Gott. Bist du ekelhaft. Hä? Das ist mega geil. Bist du dumm? Oh, ey. Ohne Wiss. Ich drehe mich eine Sekunde lang um. Nix. Die ganze Zeit nix. Weit und breit. Und dann auf einmal. Dann kommen sie rum. Alter, ich habe eine halbe Million. Oh, ich habe 100.000. Oh, hä? Ich habe das Speed-Upgrade 2. Die schallern ja jetzt richtig diesen River runter. Und bei mir ist jetzt aber Geld, ne? Ja, 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 Elina. Oha, wie schnell. Oh, wie dumm. Ey, wenn ich jetzt das nochmal upgrade, muss ja, ey, am Ende muss der Fluss ja richtig voll sein mit Zeug. Weißt du, welches Upgrade ich mir gekauft habe? Hab ich gesehen, Alter. Ich habe es gesehen, Alter, wirklich dumm. Welches? 25.000 Dollar. 25.000 Dollar. Oh, das hast du lang nicht mehr gemacht. Ja, holen wir wieder Zeit. Elina, du musst, äh, du musst das Krippen lernen. Ich bin triggert. Aber es ist halt wirklich so. Du kannst mal schön abkommen hier, Augustus Gloom. Weil darüber, du, hier, deine Mission ist. Kaufen wir, glaube ich, mal so ein Oompa-Lompa-Soldier. Ey, Beliebunker, was willst du denn hier? Nimm, mein Geld nicht mehr. Ich, achso. Alter Oompa-Lompa hat richtig AIM-Bot. So. Oh. Das wird wohl wieder. Golden Candy, Golden Ticket. Eine Million, Alter. Da kaufe ich mir erstmal die Wände, das ist ja übel teuer. Weißt du, meine Taktik, wo ich einfach nichts mehr gekauft habe? Und darauf gehofft habe, dass ich einfach das End-Item-Instant zusammengesprach habe? Ja, das war aber keine schlechte Idee. Aber es ist halt nicht aufgegangen. Mein Fluss ist so voll schon mit Zeug, das scheppert die richtig runter, wie auf der Autobahn. Wir sind Millionär. Wir können ganz easy die Deko kaufen. Ey, wo ist nicht mehr Beliebunker? Ah, der ist... Ey, ich mach mal mein Oompa-Lompa. Jo, deine... Deine Kids sind jetzt eine Million wert. Wenn man sich diese Deko kauft, weißt du? Eine Million. Ja, eine Million. Eine Million. Ja, no joke. Das entspricht... 500.000 D-Mark. Ich weiß gar nicht, wie der Kurs ist. Das war ein D-Mark zu Dollar, Alter. Also, wahr. Moinsen. Das stimmt. Wieso schlägst du da mit deiner Hand zu? Ich hoffe, ich komme nicht mehr. Ach, egal. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Halt, stopp. Helfen Sie mir. Ich befinde mich in Gefahr. Alter, ich hab 14 Millionen. 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 Gold and Draft. Meldung kommen müssen, dass ich gewonnen habe. Weil der wieder das hier runterschallert. Shepard! Was ist denn das da? Wie das richtig fühlt das gerade hier? Ja, ich fühle das Game. Ja, aber... Ach so, da kann ich... Hey, 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 hey. Hallo, Willy Wonka. Hey! Was ist los? Was ist los? Die Opa-Lumpas haben den auf dieses Ding geschlagen. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Also, auf diese Platte. Meine Opa-Lumpas machen bei mir vor. Glas-Elevator. Ach, du heilig. Das gibt, glaube ich, eine zweite Etage, Alter. Nina, alles ist noch offen. Hä? Ich hab nicht 25 Millionen. Ich hab 8,4 Millionen. Hä? Hier ist so ein... Hä? Meine... Das ist doch dein Opa-Lumpa, oder was, Alter? Jetzt schlägt nicht dein Opa-Lumpa. Sag mal... Wie sehr... Den hab ich auch Mission geschickt. Wie sehr willst du mich noch demütigen, hä? Der rennt immer wieder zu daher. Ha, ich hab hier gekillt. Hey, hey. Leute, jetzt kommst du zur Musik? Ja, das ist die Opa-Lumpa-Musik, glaube ich, ne? Ja, hast du die auch schon mal gehört? Ja, als ich gekauft habe, das erste Mal, ja. War auch. Wollten nur sicher gehen. Warum hab ich noch 180.000? Was wollen wir sehen? Das ist echt wenig. Ich hab einfach 20 Millionen. Ah, hey, meine Opa-Lumpa ist wieder da. Jetzt kann ich wieder her teleportieren. Dein Opa-Lumpa. Äh, mein, äh... Das klingt wie so eine Unterhose oder so. Ich trage heute wieder meine Opa-Lumpas. Findest du? Ja, ja. Elevator. Da kommt Denise. Oh, Billy Wonka. Ah, doch, das war der letzte Kauf. Hab ich jetzt gewonnen? Hab ich gewonnen? Wir gehen auf die Rainbow Island. Banks wins. Da bleibt die Siegesserie. Ja, da sag ich nur, das war ein knappes Battle. Ei, 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 ei. Oh, ich bin jetzt... Ich wusste gar nicht, dass man hier spawnt, weil ich bin nie gestorben. Ja, war da schon öfter. Komm her, Edina. Ja, was möchtest du? Ich muss ja kurz gegen den nächsten Kampf ausführen. Ich mache ja gerade einen ganz anderen Kampf. Ach, du Heide. Oh, Gott! Ach so, man sieht gar nicht, wie viele das jetzt sind. Warte mal, ich muss dann warten, bis Denise oder so kommt. Weil die stehen, sie sind... Soll ich sie nicht einfach mal schlagen? Ah ja, mach mal. Ah, da greift mir der eine dich an. Nee, das sind viel zu viele. Die kannst du doch nicht alle schlagen. Das sind Tausende. Okay, müssen wir warten, bis der Denise kommt. Jetzt, da kommt Willy Wonka. Ich bin gespannt. Willy Wonka, Willy Wonka. Ihr kriegt gleich mal. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr Tycoon Action. Abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Oder an, euer Benson. Tschüss. Tschüss.